Wird die Partei Die Grünen jetzt verboten? Eine Petition hat mittlerweile über 80.000 Unterschriften und Unterstützer gesammelt und damit muss sich der Bundestag bzw. der zuständige Ausschluss damit befassen. Es gibt auch noch eine weitere Petition, die bereits knapp 30.000 Unterstützer erzielt hat. Wir gucken uns die Situation genau an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du da bist, jetzt gerne ein Abo da lassen. Und einige von euch haben das Video gesehen, kann ich hier ganz uneingebildet sagen. 160.000 Aufrufe hat mein Video nämlich hier mit der Petition für das Verbot der Grünen erzielt. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sie gerade mal ein paar tausend Unterschriften, wie ihr hier sehen könnt, diese Petition. Und was macht ihr denn da für einen Quatsch, Leute? Wenn jetzt die Grünen tatsächlich verboten werden, ich sage doch immer, ihr sollt euch selber eine Meinung bilden und müsst nichts, was ich hier sage, mache und sonst was. Nein, warum wollt ihr denn jetzt die Grünen verbieten? Wir wollen doch, dass die Grünen die Alleinherrschaft in Deutschland haben mit 50,9 Prozent. Ricarda Lang als Bundeskanzlerin, vielleicht aber auch als Ernährungsministerin. Das wäre doch mal ganz spannend zu sehen, wie die Grünen sich dann verhalten. Denn das wären vier harte Jahre Legislaturperiode. Aber danach, bin ich felsenfest überzeugt, wären wir sie weg. Aber ernst bei der Sache? Jeder muss für sich selber entscheiden, ob er bei einer Petition mitmacht, ja oder nein. Ich bin nicht dafür zuständig, für euch das zu entscheiden. Hier ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, keine Frage. Das hier ist ganz neutraler Content und ihr sollt euch mit meinen Gedanken eine eigene Meinung dazu bilden. Diese Auffassung habe ich und vertrete ich, seit ich diesen Kanal hier habe. Aber nichtsdestotrotz, so langsam ist diese Petition jetzt im Volksmund offensichtlich angekommen. Wenn wir uns hier nochmal angucken, sehen wir nämlich, dass es jetzt gerade aktuell bei über 80.000 Unterschriften, Schrägstrich, Supportern besteht. Das Ganze ist per Ex, per Titel ehemalig auch massiv getrendet. Und es gibt offensichtlich eine Nachfrage danach. Es gibt eine große Nachfrage, wenn man sich das anguckt. 80.000 Menschen, die ganz klar hier zustimmen. Verbot der Partei, Grüne Bündnis 90. Bitte um Teilen, Unterstützer und Sponsoren, danke. So gestartet, bereits nämlich im Oktober. Und die dümpelte ja so langsam vor sich hin. Da kam ja nicht so viel mit den paar tausend Unterstützern, die es gegeben hat, bis zu meinem Video. Und dann ist das Ding halt viral gegangen. Mein Video habt ihr nämlich sehr, sehr häufig geteilt. Den Link unten geklickt. Vielen Dank dafür. Und nochmal, jeder muss das selber entscheiden. Ich bin nicht derjenige, welcher, der jetzt hier sitzt, unterschreibt das, macht das bloß nicht, tut dies und jenes. Das könnt ihr bei den Grünen bekommen. Das gibt es bei mir nicht. Wer das immer auch wieder fordert von mir, der hat mein Kanalprinzip und meine Einstellung, ich bin absolut libertär, nicht verstanden. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Das Ganze muss jetzt im Bundestag bzw. im zuständigen Ausschuss behandelt werden. Warum? Weil das Ganze rechtlich festgelegt ist. Wenn nämlich eine Petition 50.000 Unterzeichner oder Unterstützer findet, dann ist das der Fall. Und dann sehen wir das Ganze nämlich hier auch schon beim Bundestag.de, Startseite, Ausschüsse, Petitionsausschuss. Das ist ein spezieller Ausschuss, der im Bundestag besteht. Und es kann auch sein, dass in diesem Ausschuss der ein oder andere Grüne drin sitzt. Ja, natürlich. Und dementsprechend kann dann natürlich gevotet und abgestimmt werden, wenn wir nicht weiter behandeln, Thema ist unwichtig, benötigen wir nicht oder ähnliches. Denn die Grundsätze des Petitionsausschusses über die Behandlung von Bitten und Beschwerden im Verfahrensgrundsätze, nennt sich das Ganze hier, ist das alles schön rechtlich festgehalten. Interessant dazu ist dann der Punkt 6, Petitionsinformations- und Petitionsweisungsrechte. Und im Part 6.31 bekommt man nämlich hier bei dem Überweisungsrecht folgende Information. Zur Erledigung einer Petition kann der Petitionsausschuss mittels einer Beschlussempfehlung für das Plenum des Bundestages beantragen, die Petition der Bundesregierung oder einem anderen Verfassungsorgan des Bundes zu überweisen. Also sie können das machen, dass das Ganze dann auch im Bundestag verhandelt wird und dann wurden dann verschiedene Reden gehalten. Ja, die bösen Grünen haben dies gemacht, das haben sie gemacht. Dann würde heißen, nein, wir sind doch super, wir haben Ricarda Lang, das ist eine tolle Politikerin, wir haben Annalena Baerbock, die anderen Ländern, den Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Man kennt das ja alles, wir haben den besten Wirtschaftsminister aller Zeiten, der kennt sich zwar jetzt nicht so gut aus mit diversen wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber der ist gut. Und dann wurden jetzt Pro und Kontrast gesammelt und dann müsste der Bundestag darüber abstimmen. Wie realistisch ist denn das? Also erstmal hat man die Hürde, es muss von dem Ausschuss erstmal in den Bundestag selber kommen. Halte ich für unwahrscheinlich, dass das passiert, muss ich hier direkt mal Wind aus den Segeln nehmen, ist der erste Punkt. Gut, nehmen wir aber an, okay, das wird passieren, das wird klappen, es wird in diesem Ausschuss das Ganze abgestimmt und weitergegeben und landet im Bundestag. Und dann müsste im Bundestag wiederum abgestimmt werden, ob wiederum ein Verbot kommen soll. Und dann müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, wie würde so eine Abstimmung ablaufen und das sehen wir ja dann hier, wenn wir jetzt hier gucken. Welche Parteien wären denn jetzt für ein Verbot der Partei die Grünen? Das ist unwahrscheinlich, dass das die Mehrheit bekommen würde. Die Grünen logischerweise würden natürlich nicht dafür stimmen. Ich denke auch nicht, dass die SPD es machen würde, die ja die große Koalition aktuell oder Fraktion, sorry, im Bundestag stellt. Bei der FDP bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, dass die auch sagen würden, nee, nee, unseren Koalitionspartner wollen wir mal nicht hier irgendwie reinreiten. Und damit wäre das Thema ja schon vom Tisch. Damit wäre das Thema schon vom Tisch, denn SPD, Grüne und FDP sind halt die drei größten Koalitionen oder bilden die größte Koalition im Bundestag. Nichtsdestotrotz, nehmen wir mal an, wir spielen jetzt mal durch, damit hätten sie nicht die Mehrheit. Ich wette mit euch, einige von der CDU, CSU würden ebenfalls dafür stimmen und dann hätten sie vielleicht die Mehrheit. Die AfD würde geschlossen natürlich für das Verbot stimmen, denke ich. Einige von den Fraktionslosen auch, definitiv nicht alle, weil hier sind ja mittlerweile bei den 44 auch zahlreiche von der ehemaligen Fraktion der Partei Die Linke dabei. Und dementsprechend, man darf jetzt nicht hoffen, aber ich glaube, es ist ganz interessant, dass das Ganze natürlich jetzt auch im Mainstream angekommen ist, wie gerade eben schon mal angemerkt. Denn so werden einige Leute vielleicht doch ein bisschen realisieren. Moment, das ist ja doch nicht so gut, was die Grünen alles machen, wenn sich da so viele Leute jetzt gegen diese Partei aufstellen und so viele Leute das unterstützen. Wir sehen beispielsweise hier im Fokus einen Artikel, allerdings mit einer Zahl, die ist nicht aktuell, dass es hier nämlich heißt, über 16.000 Unterstützer gefunden. Ab 50.000 Unterschriften müsste sich der Bundestag mit dem Anliegen befassen. Das ist nicht richtig, wie wir gerade gesehen haben. Der Ausschuss des Deutschen Bundestages, das ist ein Unterschied. Und da kriege ich auch immer wieder Herzklabaster, wenn ich sowas dann lese in unserer Fachpresse, hier beim Fokus speziell, dass hier nicht ordentlich informiert oder jemand weiß, der diesen Artikel dann verfasst hat. Dann heißt es nämlich wieder bei mehreren Kommentaren, Oliver, erzählst du da, das wird jetzt im Bundestag verhandelt. Nein, im Ausschuss ist ein Unterschied. Denn ob jetzt ein Ausschuss von fünf oder zehn Personen sich darum kümmert oder aber 736 gewählte Abgeordnete ist definitiv ein ganz gravierender Unterschied, alleine von der Möglichkeit. Denn wenn wir dann überlegen, was würde passieren, wenn der Bundestag schlussendlich sagen würde, okay, die sollen jetzt verboten werden, dann wären die immer noch nicht verboten. Das müssen wir ebenfalls wissen, denn im nächsten Schritt müsste das Ganze dann natürlich den rechtlichen Weg erstmal gehen, die Partei zu verbieten. Und da sind wir bei einem ähnlichen Szenario wie auch dem, dass die Alternative für Deutschland verboten werden soll. Gleiches Konzept, dass es dann vor Gericht auch entschieden werden müsste, diese Partei zu verbieten. Und diese Hürden, eine Partei in Deutschland zu verbieten, die sind relativ hoch. Das hat man bislang noch nicht durchgeführt. Auch nicht mit der NPD seiner Zeit. Da hat das Bundesverfassungsgericht allerdings darüber entschieden und gesagt, die haben nicht die Relevanz, dass es notwendig ist, die zu verbieten. Wenn das anders ausgesehen hätte und viel mehr Nachfrage in Anführungsstrichen nach dieser Partei gegeben hätte, vielleicht hätten sie es gemacht. Das wissen wir aber nicht. Dementsprechend, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Habt ihr bei dieser Petition schon teilgenommen? Werdet ihr das noch machen? Oder sagt ihr, nö, bringt ja eh nichts? Ich bin gespannt. Ich halte euch im laufenden, abonniert den Kanal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.